Ja, wir haben ja schon viel über die Geschichte gehört, ich brauche das ganz viel länger einzuführen. Die Geschichte fängt an mit Emil Kesslers Geschichte, Emil und die Detektive. Emil und die Detektive ist ein kleiner Roman. Mit was kann man denn Licht und Schatten erzählen, wenn man eine schwarz-weiß Zeichnung anfertigen möchte? Hat jemand von euch eine Idee dazu? Eine sehr wichtige Geschichte, die Erich Kessler-Geschichte. Da geht es um einen Dieb und natürlich ist jedes einzelne Kind dem Dieb. Ja? Grün. Grün, ja. Das war alle. Und dann ist das alles, ja. Wird aber mittleres Grau, ist ein bisschen blöd, was fällt da mit jemand anderem ein? Ja. Schöne Möglichkeit. Und das Gegenteil, das zu erzielen, kann man nicht. Und da zu erzielen, kann man nicht. Ja. Und da zu erzielen, kann man nicht. Ja. Oj. Folgendes Szenario, ihr habt euch ein bisschen Geld angespart, hier Geburtstag, hier und da ein bisschen was von der Oma, ein bisschen was von dem Opa. Was macht ihr am besten mit dem Geld? Ich meine, wenn's ums Geld geht, da hört der Spaß auf. Nein! Wenn's ums Geld geht, Sparkasse!